So, Willkommen Freunde von FromSoftware, Tony is back und normalerweise zum letzten Part, jetzt weiß ich nicht was das für Part ist, 23, unwichtig. Wir haben jetzt in 1G++ und ich brauche jetzt 3 Millionen Seelen, da es in ein schreiendes Winters reinkommt. Ja, im letzten Part haben wir es aufgeschrieben, 7.328.065, jetzt bin ich bei 8 Millionen, ich brauche 10.333.000. Und da möchte ich jetzt im vollkommenein so lang killen, bis das ich den habe. Ich habe auch noch Seelen zum konsumieren, das werde ich wahrscheinlich auch da. Deswegen ist schon, wie es läuft. So war ich ja nicht, hat er gesagt, und er hat Stausen gekriegt. Ich bin vollkommenein da, nicht sehr, zu tun. Ich bin vollkommenein da. Ich bin vollkommenein da. Ich bin vollkommenein da. Es gibt ja schon 246.000. Wenn ich jetzt unten rechts mal 2 Millionen auf dem Konto habe, dann werde ich mal meine ganzen Seelen konsumieren. Vielleicht kommt da ein Millionen zusammen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Die wirst du öfter machen. Deine Speibler-Attacke. Das ist schlecht also. So. Und nicht 3x, 2x, warte ich. Jetzt habe ich ein Glick gehabt. Also. Ach schade, wieso? Wie geht der jetzt? 265.000 Was ist jetzt das für Stufen? 8, also stärker wird er nicht mehr. Bin ja schon froh. Untertitelung des ZDF, 305.000 Ja. Oh sorry. Wie im Fui ey? Woh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Waaaat Awww Gehring, Donner von Fire Rotten, please Gehring, Donner von Fire Ich bin immer schnell wo wir die Kamera 200.000 oder fahrer es werden nur zweimal macht und glaube könnte es vielleicht schaffen also die drei millionen schauen wir mal ja 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 Ja, da geht es weiter. wie versteht sich jetzt die markt gilt für mich und kürz für ihren und holen wir meine seelen Mann warum mache ich denn jetzt eine Rolle jetzt habe ich aber glücklich ja das schaffe ich das habe ich nicht mehr geschafft bald zwei dabei okay was ist denn jetzt das für eine Attacke gewesen naja die kenne ich noch nicht ohne Kassen das hat er mich von der Weide gekillt die 28er Leuchtkäfer die sollte man eigentlich normalerweise schon ausreichen ja 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 da sieh da vor einer Und das bleibt gleich. Und das bleibt gleich. Das war's für heute. Das war's für heute. Nichts für eine Attacke. Nein, ich hätte schon gerne eine Menge. So. 2.000.000.000. Naja. Ungefähr fast eine Million noch. Was soll ich jetzt da? Ich kille jetzt einfach nur einmal. Dann werde ich meine Seelen verbrutzeln. Dann gelangst normalerweise bis unter Tau. Dann wird der Part eh nicht so lang. Und die Uhr jetzt aber noch etwas. Das Bau werde ich mir deinen Ring der Lebenssicherung jetzt geschwind noch richten. Die 2.000.000. Äh. Die 2.000.000. 7.000.000.000.000,000. 11.000.000.000.000.000.000.000. sie mit mocht na auch mei Die Asse. Braucht er mir ganze Asse da. Ja, ja, ja. Ich bin so blöd. 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 Schau dir das an. Ich bin so blöd. 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 Ich bin so blööse. Ich bin so blöd. Du hast eine... Das ist nicht... Nur mal geht's... 241... Don't miss me... Normalerweise müsste ich euch helfen... Ich darf schon aber... Wohl mit dir macht das normalerweise... Wohl anwerfen... Wohl... Ich ziehe das jetzt einmal vorne weg. So aus, he. Ja, ich komme rein. Ja, das sollte eigentlich... ...der letzte Part sein. Ich hab die... ...die Pyros, wo wir noch abgehen und die... ...Wunder noch einmal überprüft. Also wenn ich jetzt da wieder besorge, dann... ...bin ich verkalkt oder dement oder... ...blind... ...oder blöd. Normalerweise sollte ich die Platte... ...haken. So, jetzt einmal. So, aber ich muss mich... ...lassen wir jetzt zur Zeit. Ja. ...und dann mal... ... und dann noch einen Punkt... ...maß das... ...und dann mal einen deepenen... ...lassen wir uns nicht... ...dauern, aber... ...un oder... ...much der da noch... ...auf. Ja. ...braver. Ich kann das nicht mehr als verlobte Kiste. Scheiße Geh weiter he Jetzt heilt er sich ja wieder die Mist auch Geh weiter he Was soll denn der Kass Schau dir das an he Ach Es wird zwar jetzt so viel ausmachen Aber ich habe meinen Steinring Wieder nicht ausgerüst Aber Spiel du kannst mir jetzt gar nichts mehr Pfleiß da weil das schaffe ich noch Das schaffe ich noch Dein Part Zum Kanzlerwelllager Das weißt du schon he Oh 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 Tja, ich habe ein zweites mehr, eher eins gedruckt, ich weiß nicht, was mir das da Leute stellen weiß, warum führt er es denn nicht aus, ich kapier's nicht. Sohn . Sohn . Sohn . Das war's. Das ist echt eine schade Sache, weil ich den da kille. Warum geht's denn jetzt auf einmal nicht mehr durch? Das gelangt nicht, gell? Oh, nice. Ich glaube, ich rasche jetzt durch zum Bombefeier. Okay. 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 Das Gorn ist lange zu sagen, doch so ist es wahr. Wer sind Sie? Sie sind ... 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 So, jetzt so, da ist zwei Wunder ohne Pyro, ja. Götterzorn um verstärkte ... ... gnädiges Sonnenlicht. Da ist's, ja. Götterzorn. Bling. Meister der Wunder. So, und dann haben wir noch ... ... großer Chaos Feuerball. Bling. Und nochmal Bling. Oh, oh. Ja. So, jetzt geht ich nochmal ... ... auf Machula und ... ... schauen wir nochmal meine Tode an. ... 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 ja mei, so ändert sich der lauf der dinge. Ich muss sagen, ich habe Dark Souls 2, ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich habe es gehasst am Anfang, wie Sau, ich habe es aber gespielt, weil es ein From Software Titel war und mittlerweile muss ich sagen, habe ich es schätzen gelernt und ich mag es, mag es wie Sau, ich glaube, ich habe mittlerweile Dark Souls 2 die meisten Spielstunden, was die Souls-Serie betrifft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, falls einer zuschaut und es tut mir leid, wenn es ab und zu ein bisschen wirr war oder durcheinander war. Wie gesagt, das ist für mich primärisch, wenn ihr ein bisschen Nachsicht einsehen mit mir. Ich bin nicht derjenige, der es perfekt macht. Nichtsdestotrotz, Leute, haben wir es geschafft und vielleicht spielt sie auch eine Nachricht. Also meiner, in diesem Sinne, scheißt es euch nichts, wenn es sterbt bei Dark Souls, das gehört dazu. Haut es euch, macht es gut, Enkertoni, Tschüssi Kowski.